Ja, hallo, hier ist Korti nochmal. Ich habe nochmal drüber nachgedacht von diesen Parteien da, die da jetzt in Europa, im Zusammenland gewählt werden, in Europa. Ja, diese Heilenpartei, die alte Heilen, ich meine, die geben sich ja alle Mühe. Und ich habe im Fernsehen drin, war das wieder so eine Talkshow, wie heißt das auf Neudeutsch, glaube ich. Da haben die da diskutiert und die Parteien und die geben sich ja alle wirklich Mühe. Die wollen ja nur unser Bestes, ne. Aber man weiß ja gar nicht, wie man, ich habe ja gesagt, ich fehle schon ewig diese Natur mit den Blumen und Sonnenblumen und so mache ich ja gerne, ne. Und, und, die, aber die sind alle, da war eine, da war eine ältere Dame und die hat richtig auf den Putz gehauen, ne. Und die wollen alle nur unser Bestes, die geben sich so viel Mühe, aber ich kann ja nur einen einwählen, ne. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da machen soll, ne. Aber irgendwie geht das schon weiter, ne.